Musik Nicht nur der Transport von kompletten Windkraftanlagen gehört zum Dienstleistungsangebot der Universaltransportgruppe. Auch die komplette Abwicklung eines sogenannten Transformatorentausches wird für die Windkrafthersteller übernommen. Musik 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 Nach der Vorbereitung des Standplatzes und Ausrichtung des Ladekranes wird sofort mit dem Ausheben des Transformators begonnen. Musik Mit sehr viel Fingerspitzengefühl muss der über 5 Tonnen schwere Trafo durch die Einstiegsluke buxiert werden. Musik 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 Auf dem gleichen Weg wird dann der neue Transformator an seinen neuen Arbeitsplatz gebracht, sodass nach drei Stunden die Servicetechniker das neue Gerät anschließen konnten.